Nummer 5 Lively9 bietet hochwertige PVC-Bodenbelege an. Das Produkt ist selbstklebend und kann leicht auf jeder ebenen, trockenen Oberfläche angebracht werden, ohne dass spezielle Werkzeuge oder Mörtel erforderlich sind. Die natürlichen Muster, die das Produkt bietet, ermöglichen es Ihnen, das Aussehen des Raums zu einem günstigen Preis zu verändern. Darüber hinaus sind Vinylfliesen resistent gegen Kratzer, Dellen, Flecken und Wasserschäden. Sie sind außerdem leicht zu verlegen und zu reinigen. Lively9 bietet Vinylbodenfliesen für Bad, Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Flur, Garderobe und mehr. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 4 Einfeben PVC-Bodenbelege bieten eine hochwertige Lösung für den Bodenbelagsbedarf. Sie bestehen aus umweltfreundlichem, sicherem und ungiftigem PVC, sind rutschfest und isolierend und eignen sich auch für Fußbodenheizungen und feuchte Umgebungen. Das Außendesign in natürlicher Eiche ist schlicht und elegant und passt zu jedem Einrichtungsstil. Außerdem lassen Sie sich schnell und einfach ohne Werkzeug verlegen, sodass die Raumgestaltung schnell und einfach vonstatten geht. Vinylbodenbelege sind auch sehr pflegeleicht. Sie brauchen nur ein Tuch und ein mildes Reinigungsmittel. Das Paket enthält 7 Bodenbelege mit 0,975 Quadratmetern und 35 Bodenbelege mit 4,875 Quadratmetern. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 3 Dies ist eine praktische und effiziente Lösung für die Renovierung von Böden. Die Fliesen sind selbstklebend, wasserfest, hygienisch, antistatisch, trittfest, verschleißfest und rutschfest. Wir empfehlen, sie vor dem Verlegen mindestens 24 Stunden in dem Raum liegen zu lassen, in dem sie verlegt werden sollen, da PVC ein Material ist, das empfindlich auf Temperaturschwankungen reagiert. Die Lieferung umfasst 42 Fliesen mit einer Gesamtfläche von 914,4 x 152,4 mm und einer Dicke von ca. 1,2 mm. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Stihlista Vinylbodenbelege bieten eine Auswahl an vielseitigen und eleganten Stielen für jeden Raum im Haus. Die Qualität und Wasserbeständigkeit der Vinylfliesen sowie der realistische Effekt und die einfache Verlegung machen diesen Belag zu einer ausgezeichneten Wahl für Küchen, Bäder, Keller und andere Räume. Das realistische Design der Fliesen mit ihrer nachgebildeten Steinstruktur verleiht der Innenausstattung von Häusern einen Hauch von Luxus. Darüber hinaus sind alle Produkte für den privaten und gewerblichen Gebrauch zugelassen und erfüllen alle Qualitätsstandards. Vinylfliesen sind leicht zu reinigen, schmutzabweisend und bieten eine rutschfeste, wasserdichte und langlebige Oberfläche. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 1 Es handelt sich um Vinylfliesen mit dem Aussehen von grauem Holz, die leicht zu verlegen, schimmelresistent, wasserfest, antistatisch, feuerfest und rutschfest sind. Sie sind auch leicht zu pflegen und zu verlegen, ideal für alle Arten von festen und glatten Oberflächen. Sie erfüllen alle europäischen Normen. Jede Packung enthält 35 Stück mit einer Fläche von 5 Quadratmetern und ist somit eine ausgezeichnete Wahl für jedes Renovierungsprojekt in der Wohnung. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Der Preis für diesen Artikel von 5 Quadratmetern mit dem Hochschlag. Vielen Dank.